Moin Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft 1.9 und ja, also in der letzten Folge hatten wir ja hier angefangen in dieser Welt in der 1.9 zu zocken. Wir haben viele Neuerungen entdeckt, wie zum Beispiel das mit dem Schwert da, mit dem Horen runter, mit dem Hauen, mit den neuen Animationen, mit den neuen Sounds und alles. Ja, und wir sehen es ist Nacht und ich würde sagen wir legen uns ins Bett. Äh, Alter, wie geil ist das denn? Guckt mal, wir sehen unsere Füße, wenn wir im Bett liegen. Wie geil ist das? Es ist halt nur noch, dass wir unsere Füße hier unten sehen müssen. Alter. Und, ähm, ja, wahrscheinlich natürlich dringend ansagen möchte. Also ich möchte das dringend jetzt hier ansagen, ähm, einer hat gemeint, ähm, warum auf einmal meine Videos, ähm, so manchmal so irgendwie so aussehen, als würden die laggen. Ja, das liegt nicht an meinem PC, weil ihr wisst ja, dass ich ne, ne GTX 79 drin habe, da lag Minecraft nicht. Bei mir läuft's jetzt mit. Ähm, 120 FPS, ich hab ja auch nur maximal 120, das liegt daran, weil mein Programm nur in 30 FPS aufnimmt und durch die Komprimierung sind's so ungefähr 29,9 FPS. Das heißt, ähm, ich, ich versuch's natürlich immer in 30 zu rendern. Meistens sind 30 FPS. Äh, bei manchen Aufnahmen sind's auch nur 29, aber das macht keinen Unterschied. Deswegen, sorry, wenn die Videos aussehen, als würden die ein bisschen laggen an manchen Stellen, aber das laggt nicht normal, weil ihr wisst ja, wie Minecraft, das läuft ja fast jeden PC, läuft sogar auf meinem Laptop richtig gut, wo nicht so ein, wo nur ein, vielleicht ein Zehntel so gut ist wie mein PC hier. Ja, das wollte ich nur ansagen, nicht, dass ihr denkt, äh, ich hätte hier mir irgendeinen Billig-PC jetzt da hingestellt oder so. Nee, nee, das liegt nur an meinem Aufnahmenprogramm. Und, ja, ähm, heute hatte ich vor, äh, hier die, erstmal die Öfen an, nee, können wir gar nicht. Doch, können wir, wenn wir uns aus den 5 Eisen, aber schon irgendwie ein bisschen knäppig jetzt mit den Eisen hier. Hm, na komm, wir gehen jetzt erstmal ein bisschen Holz machen, weil danach brennen wir das Dings, also danach machen wir Feuer, um uns das Essen hier zu braten. Ja. Okay. So, und heute geht auch eine Folge 15 Minuten, weil heute, wenn ihr das Video seht, bin ich noch im Praktikum, also, wenn ihr es nach 14 Uhr seht, nee, nach 16 Uhr, dann bin ich nicht mehr im Praktikum. Aber wenn ihr es vor 14 Uhr seht, äh, 16 Uhr, Alter, das hab ich mit meinem 14 Uhr hier. Wenn ihr es vor 16 Uhr seht, dann bin ich noch im Praktikum ganz gechillt hier so, jo, jo. Das ist grad laut. Ich laufe ich noch alles mal so auf, auf 40. So. Also, auf 50, jo. Okay. Hoffe, es ist jetzt so gut genug für euch, also für die Aufnahme, weil Shadowplay geht ja nach, äh, Dings, nach Ingame Sound. Und, ja, deswegen geht es leider nicht. Und ich würd sagen, wir gehen aus dem Dorf raus. War ne schöne Zeit, die erste Folge in dem Dorf zu verbringen. Aber, ach, wir haben schon wieder kein Essen. Alter, nee, ich mach wirklich mal kurz hier auf Friedlich, weil ich will mal ein bisschen Dings, ich will mal ein bisschen Rennen hier. Und haben sich die Bläschen verändert? Es sind irgendwie mehr Bläschen, hab ich das Gefühl. Hier ist ne Höhle. So. Und ich hab auch extra auf Schnell gestellt, dann sieht er das, das Rotierende dann nicht so. Die rotierende Textur, ich weiß nicht, wie das ist, weil das ist doch alles in Englisch hier. Ich weiß nicht, was Rotierende Engl, äh, Rotieren auf Englisch heißt. Ja, sorry. Alter, was ist denn für ne Landschaft hier? Ja. Okay. Schöne Landschaft. So, komm, wir bauen mal grad noch hier das. Ich würde sagen, wir bauen, äh, da oben an den Berg, oder? Hm. Ja. So. Na komm, hier bauen wir einfach hin, oder? Da hinten ist Wald. Ah ne, wir bauen einfach an den Wald, komm. Hashtag YOLO. Natürlich, wenn da hinten Wasser ist, dann bauen wir da ins Wasser. Wir gehen grad auf den Kamm hier oben drauf. Oh, da hinten ist sogar Wasser, da bauen wir uns Wasser. Komm. Alter, was ne geile Landschaft. Wirklich. Richtig geil. Also, da bauen wir hin, muss ich wirklich sagen. Da bauen wir hin, da bauen wir hin. Ja. Ich würde sagen, auf den Berg, oder? Komm, hier auf den Berg, hier hoch. Ja. Gut, okay. Jetzt wollen wir einfach mal hier hin, so. Machen wir einfach so ne kleine Fläsche. Haben wir jetzt schon hier, so. Ja, das dürfte reichen für ein Anfang. Anfangshäuschen, komm. Es reicht. Oder wollen wir gleich mit einem großen Haus anfangen? Ich weiß es nicht. Schreib doch einfach in die Kommentare, welche Bauweise wir hier annehmen sollen, so gesagt. Also, ob wir gleich ein Großhaus oder erst ein kleines Hütchen hier bauen sollen. So ne Somalia-Hütte, wie es noch aus dem ersten Teil damals kandet. Ja. Dieses Minecraft-Let's-Play wird sehr wahrscheinlich nicht fortgesetzt. Dafür gibt's jetzt die 1.9 hier. Das wird jetzt auch, ja, ich hab extra 0.0.1, weil ich hab vor auch 100 Folgen, was ja bei einem anderen nicht so geklappt hat. Weil da die Welt immer gecrasht ist, wegen der M1.8. Und, wo lauf ich überhaupt hin? Da hinten sind noch die Bäume. So, ich geh jetzt noch schnell Bäume sammeln. Bäumchen, Bäumchen, Bäumchen. So. Sind bei 6 Minuten. Um die, ne, gleich 7. Okay. Komm, klopp dich durchs Gemüse hier durch. Und sorry, wenn ich auch jetzt nicht so viel rede, weil es ist schon spät, weil ich muss ein bisschen leise sein. Deswegen rede ich jetzt nicht so viel in dieser Aufnahme. So. Oder wir reden einfach leise, genau. Wir reden, oder, ne, wir reden einfach ganz normal. Wird schon keiner hören. Und es ist immer noch so, dass wenn man Dings macht, hier, wechselt, dass dann immer noch das Gleiche da ist. Haben sie nicht rausgemacht. Gab's früher mal. Ganz, ganz früher. Ja. So. Ich würde sagen, wir bauen noch diesen Baum hier ab. Und dann haben wir auch schon wieder ein bisschen gut Holz gesammelt. Für unser Häuschen. Weil außen möchte ich aus Dings aus echtem Holz machen. Also, ich weiß, es ist ein bisschen verschwenderisch außenrum. Aber, ja, muss eben sein. Es ist der original Minecraft-Style. Ja, deswegen, ja, muss eben sein. Bei mir immer. Hier sind Kühe. Oh, komm, die schlachten wir einfach mal ab. Für ein bisschen Essen. Was hält eigentlich... What the fuck? Guckt euch das mal an. Was hält eine Kuh mit einem Eisenschwert aus? Durch die neue Kampftechnik jetzt. Alter. Was sind das für schwarze Herzen, die die verliert? Okay. Rohes Rindfleisch. Da könnte man sich jetzt eine Rindwurst draus machen. Mhm. Ja. Was ist das für ein schwarzes Herz? Ist das extra Gesundheit für uns oder was? Hä? Okay. Komm mal her, du kleine Kuh. Komm doch mal daher, Mensch. Und die rennen auch irgendwie viel schneller und viel weiter weg. Mittlerweile schon. So, äh, zwölf Fleische sind jetzt reichen für den Survival-Modus wieder. Wir sind ja im Survival-Modus, sondern im Peaceful-Modus. Weil, wenn ich, ähm, baue, möchte ich Peaceful machen. Und, äh, Batterie fast leer. Okay. Okay. Zwanzig Prozent Apple-Warnung vom iPhone. Ja. Okay. Also, ich würde... Ach, was mache ich denn hier überhaupt? So, fünf Stück lassen wir noch übrig. So, 52. Ja, das dürfte reichen für den Anfang jetzt hier so. Ja. Und ihr wisst auch, was ich hinaus möchte. Ich möchte nämlich auf ein kleines, äh, Dings. So ein kleines Berghütchen hier. Hier so die Alpen. Ja, sieht wirklich aus wie die Alpen, ey. Wirklich. So die Alpen hier. Hier so ein kleiner See hier. Ja. Genau. Dann möchte ich hier so, hier was auf. Also, einfach hier so. Hier guckt so. Ja, so. Dann kommt hier außen so das Ding hier rein. Ihr wisst. Ihr wisst, was ich meine. Das machen die meisten so. Also, wenn sie jetzt so irgendwie in diesem Baustil bauen, wie ich jetzt hier. Das ist jetzt so ein mittelalterischer Baustil, was ich hier mache. So. Ja. Wir müssen wieder Holz sammeln. Ja, kriegen wir jetzt in fünf Minuten noch hin. Komm. Wir bauen uns erstmal... Ja, komm, wir bauen uns erstmal diese Bäume hier ab. Für eine kleine Werkbank. Hätten wir uns kennen aus dem Dings mitnehmen aus dem Dorf. Sieht man das von hier? Ich glaube, man sieht ein paar Spitzen, oder? Hinten hinter den Bäumen. Kann das sein? Ich weiß es nicht so genau. Kann auch ein anderes sein. Ja. Man weiß es eben nicht. So. Ja. Okay. 24. Das ist wieder gut. Das ist wieder ein gutes Geschäft. Und wir haben das Bett vergessen. Das müssen wir... Ne, wir bauen uns einfach ein neues. Das ist ein Schäfchen. Ein... Eine Wolle. Äh... Zwei Wolle. Oh shit. Vielleicht hier im Wald noch irgendwo. Was ich eher nicht glaube. Naja. Äh, wir werden schon was finden. Für unser Bettchen. Für unser Schlafgemach. Für unser Spawn zu setzen. Und was es noch alles für Namen gibt hier fürs Bett. Ja. Was es in Minecraft nicht alles für Namen gibt. Und jetzt haben wir hier wieder ein Dings. Okay. Und ich wollte mir doch eine Werkbank bauen. Ey. Was ist denn heute mit mir los? Es ist irgendwie zu spät für eine Aufnahme. Wirklich. Da unten ist ein Tintenfisch. Hey. Scheiß Meldung hier. So. Aber das wird ja schon schön was wir bauen. Und auch sorry. Äh. Dass ich manchmal die Nase hochziehe. Weil irgendwie werde ich wieder erkältet. Oder bin noch erkältet. Ich weiß es nicht. Ja. Deswegen. Sorry. Wenn manchmal das Geräusch wieder da ist. Ja. Ich würde sagen. Wir machen uns gleich eine Eisenachst kommen. Wir brauchen ja eh viel Holz für unser Haus. What the fuck? Hat er die gerade so ganz langsam so. 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 Sparta. So. So wie der Sparta. Hat er gerade so die Achse hochgehoben. Guckt mal hier so. Hö. Sie schwer. Wie das aussieht. Guckt mal. Ich wechsle. Ich wechsle hier. Alter. Wie die Haut. Guckt mal. Lol. Der haut die so. Und dann nach 10 Sekunden kommen die wieder so ganz langsam hoch. Oder nach 10 Stunden so. Ja. Okay. Zum Glück. Was auch geil wäre. Ist wenn er so. Ihr wisst ja. Wenn man einen Baum abhackt. So. Klack. Klack. Wenn er dann so wirklich so. Klack. Klack hauen wird. Bis es. Bis der Baum so umknicken würde. Das wäre auch geil. Das wäre geil. Wenn die Bäume so umfallen würden in Minecraft. Das ist bestimmt in der 1.2 oder Flasche schon der. Äh. In der 2.0 oder in der 1.9 vielleicht schon irgendwann möglich. Weil es gibt ja noch die 1.9. Die 1.9.0. Die 1.9.1. Wird alles noch geben. 1.9.4. Und so weiter. Ihr wisst wie in den anderen Versionen. So. Jetzt auch mit dieser sein. So. Hier machen wir jetzt einfach so. Nein. Das war falsch. Man kann auch bauen während ihr die hochhebt. Guck mal. Hier die ist noch gar nicht oben. Man kann schon abbauen damit. Sieht auch lustig aus. Also das ist anscheinend irgendein Bug. Anscheinend ist das nicht so gewollt mit den Waffen hier. Dass die so langsam hochkommen. Kann ein Bug sein. Muss es nicht. Weil ich meine ich kann nicht bauen während ich ein Werkzeug gerade hochhebe. Das geht nicht. Das geht anscheinend nur in Minecraft. Ja. Deswegen. Wir bauen jetzt noch nicht schnell zu. Oh. Wir sind bei 14 Minuten. Oh kacke. Und ich würde sagen wir bauen mal eine Terrasse raus. In der nächsten Folge. Oder in den nächsten paar Folgen. So. Und ich würde sagen an dieser Stelle. Wir machen doch nur so 14 Minuten rum. Ich hoffe euch hat diese Folge Minecraft 1.9 gefallen. Wenn ja. Lasst doch einen Daumen nach oben da. Und wie immer. Ich gehe ins Haus. Äh. Wie immer. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Euer SaschiLP. Und. Jo. Haut rein. Ciao. Und hier ist es irgendwie. Nicht so. Ja. Ciao.